Hallo und willkommen zu einer gründlichen und schnellen Rasur mit PowerTouch. Ich würde Ihnen gerne einen unkomplizierten Weg durch Ihre Routine am Morgen vorstellen, mit einer Übersicht über die neueste Serie, die Philips PowerTouch Trockenrasierer. Die PowerTouch-Serie besteht aus PowerTouch, PowerTouch Plus und dem Spitzenmodell PowerTouch Pro. Also, kommen wir direkt zum Punkt. Was macht PowerTouch-Rasierer so gut? Ganz klar, Schnelligkeit, Gründlichkeit und dass sie immer einsatzbereit sind. Lassen Sie mich das ausführen. Alle Rasierer der PowerTouch-Serie haben kraftvolle Lithium-Ionen-Batterien, die ein Maximum an Rasierminuten mit jeder Ladung garantieren. Sodass Ihr Rasierer zu 100% bereit ist, wenn Sie ihn brauchen. Das Spitzenmodell PowerTouch Pro hat Kraft für unglaubliche 60 Minuten. Das sind drei ganze Wochen rasieren. Großartig zum Reisen. Außerdem, alle PowerTouch-Modelle geben Ihnen schnellen Rasierkomfort, der sich einfach richtig anfühlt. Er garantiert eine gründliche und sanfte Rasur jeden Tag. Das komfortable, rutschfeste Design liegt leicht in der Hand und gibt Ihnen volle Kontrolle über Ihre Rasur. Die Triple-Track-Serie-Köpfe und Super Lift & Cut-Technologie bilden das einzigartige Rasiersystem, das effektiv die Haare anhebt und unter der Hautoberfläche abschneidet. Smart Pivot gewährleistet eine exakte Konturanpassung und der PowerTouch Plus und Pro haben einen Langhaarschneider für Ihren Bart und Ihre Koteletten. Abschließend, alle PowerTouch-Rasierer sind vollständig abwaschbar. Einfach den Knopf drücken, dann abwaschen und Sie können den Tag starten. Der PowerTouch Pro hat sogar sein eigenes effizientes Jet-Clean-System, das ihn automatisch reinigt, lädt und pflegt. Für ein besseres Ergebnis an jedem Tag. Wenn es Ihnen um Komfort und Leistung geht, PowerTouch ist Ihr Gerät. Sie bekommen eine schnelle und absolut gründliche Rasur jeden Tag. Für eine unkomplizierte Routine am Morgen. Das ist die Power von PowerTouch. Die neue FlexMotion Tag. Einzelnen gelagerte Scherteile reagieren bereits auf kleinste Konturen. Der 40 Grad schwenkbare Scherkopf navigiert automatisch und mühelos, selbst über größere Konturen. Für eine effiziente Rasur mit geringerem Druck und weniger Hautirritation. Patentierter Ultra Active Lift Brauns patentierter Ultra Active Lift macht mit schwierigen Haaren kurzen Prozess. Ein verbesserter, oszillierender Integralschneider lebt und schneidet selbst flach anliegende Haare mit über 290 Bewegungen pro Sekunde. Für eine sichtbar glattere Rasur in weniger Zügen. Besonders im Hals- und Kinnbereich. PowerDrive Der neue PowerDrive Mit 20% mehr Motorleistung. Für konstant schnellen Schnitt. Selbst bei dichtem Haar. Die ultimative Rasurleistung auf jedem Terrain. Crosshair-Klinge Mit Brauns Crosshair-Klingen ist jeder Widerstand zwecklos. Die Kombination aus scharfen Klingen und ultradünnen Scherfolien mit einzigartiger Geometrie. Erfasst hartnäckigste und kürzeste Haare. Für überragende Gründlichkeit, die anhält. Dreifach-Scher-Scher-System. Brauns verbessertes Dreifach-Scher-System. Drei voneinander unabhängig bewegliche Scherelemente passen sich jeder Gesichtskontur an und schneiden kurze und lange Haare. Für ein herausragendes Ergebnis in weniger Zügen. Intelligente Clean-in-Charge Station. Die weltweit einzige vier Stufen Reinigungs- und Ladestation auf Alkoholbasis. Vollständige Wartung auf Knopfdruck. Zuerst lädt die intelligente Clean-in-Charge Station den Rasierer. Dann wählt sie automatisch das ideale Reinigungsprogramm. Im dritten Schritt entfernt ein Flüssigkeitsstrahl Stoppeln. Und der Alkohol tötet 99,9% aller Keime. Schließlich pflegt die Reinigungsflüssigkeit automatisch die Klinge. So fühlt sich ihr Rasierer jeden Tag an wie neu. Hallo, ich bin Dave. Ich habe ein Café in unserer Nachbarschaft. Ich liebe meine Arbeit, aber es ist ziemlich anspruchsvoll. Ich würde gerne mehr Zeit für mich selbst und meine Kinder haben, besonders am Morgen. Daher steht alles, was mir Zeit spart, hoch im Kurs. Wir haben die neue Philipp Schäfer-Serie 5000 entwickelt, um ein Upgrade von unseren vorherigen Schäfern zu sein. In essence, wir haben deinen Lieblings-Schafer genommen und haben ihn noch besser gemacht. Was so great about this Schäfer ist, dass wir die Existigen Features von unseren vorherigen Schäfer haben, um ein clean Schäfer zu geben, das schneller als vorher ist. Wir haben unser Dual Precision Schäfer-System entwickelt, um ein Multi-Precision Blades zu machen. Wie Sie wissen, die Haar grows in verschiedene Direktions und hat verschiedene Densitäten. To catch all diese verschiedenen Types of Haars, our Multi-Precision Blades raise Flat-Lying Haars, using a newly developed Hair Guidance System. The Blade System then guides each hair into a slot and cuts it. The holes catch and cut the shorter stubble. That's what happens inside every head. There are three of them on your shaver. Together, they flex in five different directions. This flexing allows the heads to follow the contours of your face, giving you a close shave. We've added a few other useful innovations, like a more ergonomic grip, a SmartClick Attachment System for styling versatility, and a more modern design. We've brought versatility to your shaver with our SmartClick System. It allows you to connect different attachments onto the same handle, so you can have every styling tool you'll ever need. A Precision Trimmer for your Moustache and Sideburns. Die Reinigung ist auch sehr einfach. Ich drücke diesen Knopf und der Scherkopf öffnet sich. Ich spüle ihn kurz unter laufendem Wasser ab, schüttel ihn kurz und lass ihn an der Luft trocknen. Ich bekomme genau den Look, den ich möchte, und das schneller als mit meinem vorherigen Rasierer. Das bedeutet mehr Zeit mit meiner Familie und weniger Stress. Der neue Series 7 von Braun. Mit einem 8D-flexiblen Scher-System, das selbst die schwierigsten Konturen meistert. Und mit intelligenter Sonic-Technologie, die die Dichte ihres Bartwuchses erkennt und sich automatisch anpasst. Für weniger Züge und mehr Hautkomfort. Der neue Series 7. Von Braun In diesem Video zeige ich Ihnen, wie ich mit meinem Braun Series 3 Rasierer eine perfekte Rasur mit tollem Hautergebnis erziele. Nachdem ich meinen Braun Rasierer aufgeladen habe, setze ich ihn in einem 90-Grad-Winkel am Gesicht an. Der Series 3 hat ein vollbewegliches Scher-System mit drei spezialisierten Scherelementen, die sich jeder Gesichtskontur anpassen. Mit dem Präzisions-Scherkopf lassen sich auch schwierige Stellen leicht rasieren, wie unter meiner Nase, am Hals und entlang der Kieferlinie. Mit dem Braun Series 3 Rasierer liegt in jedem Zuge absolute Effizienz. Ein angenehmes Rasurerlebnis für einen Mann wie mich, der eine gründliche Haarentfernung und ein sanftes Hautgefühl will. Für ein noch besseres Gleiten verwende ich Rasierschaum oder Gel. Um meinen Rasierer zu reinigen, spüle ich ihn einfach unter fließendem Wasser ab. Er ist bis zu einer Tiefe von 5 Metern wasserdicht und kann daher ruhig nass werden. Der Series 3 Rasierer hat zwei leistungsstarke, langlebige Akkus mit Schnellladetechnik. 5 Minuten Ladezeit liefern mir 5 Minuten Rasieren. Nach einer Stunde ist er voll aufgeladen und wieder einsatzbereit. Braun Series 3. Hart zum Bart, sanft zur Haut. Designt und entwickelt in Deutschland. Von Braun. Von Braun.